Ey, das ist ein L und das ist ein D und ein L und ein... Ich muss zurück nach Hause. Be me up, Scotty. Jetzt. Jetzt. Wir sind natürlich irgendwo im Nirgendwo. Oh, da ist eine Festung. We found the Festung, die, 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 die... Also, Brücken sind hier auf jeden Fall. Oder? Ja, aber ich will... Ich sehe Clostone, Clostone, Clostone. Ich Clostone. Ich fühle mich gerade wie klein. Clostone, Clostone, Clostone. Okay, warte. Da hinten ist auch noch Clostone. Ich habe Clostone gefunden. Oh Gott, geil. Festung. Ich habe auch Nether Quartz gefunden. Was... Was machst du da? Ich baue Clostone ab. Ich glaube, ich ersatz meinen, äh... Ähm... Äh... Oh, ich habe viel Nether Quartz gefunden. Äh... Ich baue dir den mal ab, okay? Ich glaube, hier... Hallo, Facebook. Hi, Schwein. Wow, du hast ein geiles Schwert. Nennt sich Goldschwert. Bring ihn um, vielleicht lootet er es. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Was ist die erste Regel? Töte niemals. Oder greife ihn niemals an. Bist du da reingekommen? Erste Regel, Nether. Nichts anfassen. Nichts töten. Für die Gefährten. Hallo, Facebook. Hallo. Ja, also... Einmal eine Aufnahme und dann bin ich der beliebteste Mensch der Welt. Ich habe viel Nether Quartz für dich. Ficken! Fenstein. Nicht mehr ganz so viel. Ich habe Lava gefunden. Oh, oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. Wem willst du nicht dem Nether begegnen? 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 W-w-w? Feuer. Weil Feuer die... ...hurigste Verbrennung... ...stab... Ich-ichörss... ...wann... Ich hoff wieder ab in die normale Welt. Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? See you later, Alligator! So, ich habe mich gerade... Was will man jetzt eigentlich von mir? Wo ist Facebook überhaupt? Oh Gott, ich habe zu viele Tabs offen. Das ist wirklich cool. Dann wurde ich nicht mal vernünftig angeschrieben. Ihr könnt mich doch alle mal, Menschheit. Sieht das besser aus? Nicht mehr ganz so kaputt. Warte, ich kann noch was machen. Wünsche mir Glück. See you next mission. Warte, so war das. Oh, ich habe sechs Glowstone. Wo ist der Schalter? Come at me, Bro. Come at me. Ich will nur wissen, wo er ist, damit ich Angst haben kann. Damit ich Angst haben kann. Ich habe ein Problem, ich komme da nicht zu Lava. Hallo, Handy. Wo ist er? 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 Ich sehe keine Gegner. Okay. Aber wie komme ich jetzt an die Lava dran? Komm nicht an die Lava dran. Echt nicht. Oh Gott, die Idee, die ich hier gerade habe mit dem Ding ist wieder zu aufwendig. Oh Gott, warum habe ich immer solche blöden Ideen? Da kümmere ich mich später drauf. Setze ich auf meine To-Do-List. Oh Gott. Äh. Dum, 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 dum. Du hast schon aufgehört. Äh. Nein, mein Plan hat keinen Sinn. Er ist Nonsens. warum meldet sich facebook jetzt bei mir ich weiß es nicht es hat sich bei mir oft genug gemeldet ich habe dich vielleicht angeschrieben warte du betrügst mich unter allem was wir zusammen erlebt haben beim disconnect den tod deiner katze bei mehreren zerschossenen aufnahmen bin ich jetzt wieder in der richtigen welt ist ich arbeite daran das hübsch zu machen aber ich fand das leimige ding da extra schick kannst ja oben dran machen als mickey maus ohren mickey maus da ist eine zündung an den ohren wir könnten das wirklich zu seinem monster mund machen mit ekligen augen okay ist keine idee wenn du weißt wie du es bauen willst du machst ich hätte keine idee zu man hört papier ganz demonstrativ dafür schön laut in die kamera noch ein bisschen drauf rumkauen ich habe jetzt ein neon also das monstermund ding so und da hast du schon so eine linie gebaut mit kleinen ding und das ist okay aber wir müssen dann hier andere farben ich weiß jetzt sehe ich gerade nur ein standbild wir müssten eigentlich wissen wo im nether die anderen portale sind damit wir uns dorthin bauen können die bauen die immer wieder ab ich frage mich wie man dann wieder rauskommt reinkommt hinkommt wegkommt nach hause gute frage sie teleportieren sich vielleicht raus game mode das sind noch viel mehr beim nächsten galileo mystery ihr eimann abdallah ich habe da geparkt aber irgendwann plötzlich war mein auto weg ich habe noch auf einen behindertenparkplatz geparkt ich weiß nicht was los ist ach eimann das ist nicht zu reden haben wir wieder an damit etwas zu tun und wo sind die templer geblieben im äh tempel im tempelhof ähm hallo skype ja noch mehr sounds bitte okay gut dass ich kein e mail programm auf hab sonst wird das bestimmt auch noch anfangen zu rumdingen ich muss schweineschlachten ich mein schafeschlachten nein ich muss äh ich streicheln ich streicheln mit einer axt in deren gesicht äh eins oder ne bob eins oder ne sag mal wie komm ich eigentlich wieso brauchst du eigentlich immer wieder diesen stein ab damit ich nicht mehr in einen tunnel kommen weil das nur ein minimaler sprung ist die man tun machen muss was kann ich nicht äh sie ist so geschafft aber warum brauchst du ihn immer wieder ab ich hab keine lust dass ein zombie oder sowas hochkommt die können diese minimalen sprüche doch auch ne dafür sind sie zu blöd ich hoffe ich hab jetzt dass dein fenster ist offen mein fenster ist offen mein fenster ist offen ach so da ist eine fensterscheibe kaputt ja willst du noch eine kaputte schäbe haben nein kannst du mir ein paar der eimer gleich noch geben ja gleich ich komm gleich wieder also in ne truhe legen ich muss sowieso grad nach oben ich muss nämlich inventarplatz wieder freimachen so äh cobblestone hab äh ja nein ich hab da noch ein bisschen eisen gefunden dann hab ich hier noch cobblestone das kann ich eigentlich alles mal schmelzen hm ich sollte irgendwann mal anfangen die wände zu bauen ach geil so jetzt einmal mein komplettes inventar entleeren ok oh ich muss mich anders hinsetzen ist ja schrecklich geworden gut also ok hallo facebook wie wäre es wenn du dein browser schlägst wie wir tun nein das sind so viele tabs das ist ähm wenn du firefox chrome oder sonstige dinge nutzt sie speichern die tabs ich vertraue ihnen nicht du musst es nur einsteigen ich brauche noch mal zwei chests du brauchst noch ein Bett das weißt du oder ich hoffe einfach mal das funktioniert stimmt ja das brauche ich auch noch ich habe noch nicht in meinem neuen in meinem neuen Bett geschlafen ich habe mir ich darf also nicht sterben warte ich bin gestorben und bin trotzdem wie du es so zwei hopper und dann brauche ich noch zwei ofen öfen öfen vitali sagen öfen vitali ist aber nicht hier vitali aber ihr ihr vitali na da was war das für eine magische sprache ich habe sie nicht verstanden hallo das war die magische sprache ich mache hier gerade Bullshit Bullshit dann brauche ich da ja wow ich stelle mich gerade so dumm an gib mir mal bitte eine Workbench eine Crafting Table wieso ist denn die Dinger eigentlich nicht Workbench vitali nicht verstehen so du noch da ich weiß nicht was ich mache so dann einmal wieder das Eisen an mich eins zwei wo ist die Wolle wo ist meine Wolle verdammt ich habe es nicht ganz gut durchdacht ah liest Wolle 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 hast du noch Wolle für mich ne ich nicht habe es ganz gut durchdacht wobei wenn ich mache so und so dann das wird funktionieren das wird funktionieren vitali sagen das wird funktionieren und vitali haben immer recht seit wann ist dein Name eigentlich Vitali immer wenn ich diese Akzent habe dann mein Name sei Vitali dann soll Vitali mal gucken wo bist du Kärla ja Kärla Bessen Kärla 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 ich erzähle wie Kärla 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 hab ich noch ich hab auf in den Keller ja ich bräuchte sowas wie ein Teleporter ich bin runtergepumpt bist du im großen Raum wo die äh Dings sind ich sehe deinen na ich sehe ihn ich halte ihn immer für einen Fleck auf meinem Bildschirm was denn das mächtige Monster nein es dirbt mich an du bist da deine Augenentzündung nein die Macht des Dirbs ist zu stark in ihm ich wollte eigentlich mehr Wolle dran packen aber ich hab nicht mehr genug okay vielleicht hast du ja noch genug Schafe die genug Wolle geben ja richtig so ich will noch eine Sache zu Ende bauen und dann beende ich die Aufnahme weil wir nehmen sogar schon 20 Minuten länger auf als wir wollten und meine Schlaftabletten habe nicht Gewirr ja sie ich war ihr nicht einschläfernd genug sie musste noch Schlaftabletten nehmen nicht Gewirr das ist das ist ein Punkt für mich ich sehe das als Punkt für mich an also du brauchst noch ein Bett ne ja wo bist du ich bin in meinem Keller am äh herumtüfteln wo ist das ähm den Einlanggang rein und dann nach rechts ich mach's mal einfach du greibst dich jetzt nicht irgendwo durch damit würdest du meine gesamte Ordnung zerstören ich ordne die Ordnung der Ordnunghaftigkeit welche Ordnung das ist Ordnungshaft hier so zack zack los du ein Staub dann kann ich da dann kann ich da dann ich muss ihn hoppa da und da ich kann ihn verdammt schaust da warum stehen bei dir eigentlich irgendwie Sachen einfach so im Flur rum mal wo gefahren welcher Flur und wo einfach in deinem Zimmer steht eine Truhe ach du bist oben bei mir drin ja okay ich wollte dich nicht nach unten rennen und dich nicht finden also ich wollte dich nicht finden ich hasse dich so sehr baue ich jetzt hier einfach ein Bett okay bett mit Andis hat Andi irgendwas an seinem Baum schon gemacht nee ich meine die Ranken die sehen so komisch aus zieh die mal an ey wo ist Andis Baum überhaupt genau gegenüber deine Dicke auf die Größe kommt es ja äh nicht an äh es liegt glaube ich darin dass da ein ganz komischer Schatten drin hängt das ist doch nicht von dir und nein das bin diesmal nicht ich get it weil ich bin Schatten und wie macht man was muss man das irgendwie behandeln oder wie macht man was wie behandelt man quasi wie sind wir zu einem Block äh brennen ich kann es dir ehrlich gesagt nicht beantworten gut aber ich würde jetzt hier auch die Aufnahme beenden wollen wir nehmen schon eine Stunde 40 auf beziehungsweise ich nehme schon eine Stunde 40 auf du nur eine Stunde ja ja dann würde ich hier jetzt mal eine Verabschiedung für alle diese Parts ansetzen wollen ich hoffe dass die Let's Play hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Mega Mine noch ein Tipp auf dem Rande springt niemals durch Gardinen tschö tschö springt niemals durch Gardinen ja die Ranken sind bei mir Gardinen und ich bin ja fast runtergefallen tschüss 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 Vielen Dank.